moin moin meine lieben leute und willkommen zurück hier auf meinem kanal wir spielen wie der beyond the steel sky befinden uns jetzt im link system beziehungsweise meiner system also wir sind gerade reingekommen haben uns mit unseren schreiber link dinge im nacken hier reingekommen was wir genau machen wollen keine ahnung aber der hacker uns geholfen hinzukommen also die wir hier sind link space worsen going to be the easy route was the system had been abandoned was die feier wohl natürlich aus feuer wo sonst kommt auch nicht durch eine schädigte taten data was fragmented okay die sollte man nicht anfassen untersuchen kann man sich trotzdem mal die beschädigenden daten können wir auch nicht mehr anfangen mit diesem tresor hier noch okay dann landen wir woanders okay wir haben eine reparierechse das ist hier drüben feuerlischer runterladen und dann kommen wir auch mit temporärly overrides firewall programs for access to mainframe download complete okay dann haben wir auch so wie die Sache um die firewall zu handeln ein enkriptes datastore ein inventar barrierechse kann man glaube ich hier mit nichts anfangen zum verschlüsseln wir gehen mal zurück so gucken wir mal ob er hier nicht einfach mal die firewall mit unserem inventar löschen kann okay 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 Data-Fragmentation bei 0% Okay, reparieren wir erstmal hier, weil das auf jeden Fall bestätigt die Daten, die wir hier reparieren, mit unserer coolen Reparier-Echse. Eigentlich wollte ich die Untersuchung. Data-Fragmentation bei 0% Ja, okay. Wow, da habe ich eine schöne Treppe bekommen. So, hier haben wir wieder ein paar Sachen. Mal gucken. Gut, gut, gut. Hier ist eine Uhr. Das haben wir hier. Das bringt uns nicht viel. Aber ich sehe die Daten, kann man das auch noch mal mit dem Reparier-Echse was machen. Perfekt. Was macht denn der Blender? Ja, das ist eine neue Runde. Ja, das ist eine neue Runde. Blindfold, Counterintrusion, Countermeasure. The Author does not accept liability for brain damage. Oh. Das ist ein Blender-Programm, was a short-lived, but powerful tool for sneaking durch die Sicherheit. So. Ich habe es gut. Ich habe es gut. Ich habe es gut. Das ist ein Virus. Das ist ein Virus. Können wir nutzen noch etwas? Error. Cannot find polyphemus.ie. Also hier beim Virus kann man noch nichts machen. Zurück. Das Auge, guck uns die ganze Zeit an. Die ist das Auge, komm schon. Pass mal auf. Mit dem Auge blinded. Ich muss nicht mehr über das Auge fressen, das mein Gehirn. Ah, okay. Gut, dann müssen wir uns noch reparieren wieder. So ein bisschen nerdig, das Ganze, oder? Ich meine. So, wir entschließen mal. Uh, dann rieb runter. Quickdecrypt. A Description-Routine for all standard UCSI-coded files. Download complete. Hm, ich war nicht sicher, was ich es für benutze, aber ich wollte es nicht hinterlassen. Gut. Pass mal mit. Wo wir es brauchen, weiß ich auch noch nicht. Wir werden es aber auch schon rausfinden. Gehen wir mal zurück. Schachfigur haben wir. Den haben wir geblendet. Jetzt gehen wir hier drüben mal rein. Gucken, was das ist. Glücklicher Zorn. Runterladen. Sag mal, was das ist. Divine Wrath will destroy Instance of the Helix-Virus. Warning, data will be unrecoverable. Download complete. The Helix-Virus sounded familiar for some reason. Okay. Also, macht es Sinn jetzt, den Virus zu zerstören da? Damit? Vielleicht. Testen es mal. Pass mal auf. Okay. Können wir noch etwas absammeln hier? Gut. Error. Invalid file type. Okay. Ah, okay. The firewall was down. Like an Access Minos. Warum das nochmal? Ach du Scheiße. Sieht ja aus wie Minecraft in schlecht. Obwohl es eigentlich nicht so schlecht als Minecraft aussieht. Aber was wird's denn? Ui, jetzt wohne Pyramide. Okay, noch ein paar Rätsel. Und durch. Okay. Halt. Es ist ja. Wie geht es? Error. No data to convert. Would you like to call an Administrator? Ich wusste, das war nicht eine gute Idee. Ich dachte, vielleicht sollte ich es ignorieren und einfach weitergehen. Okay. Komm mal hier rein. Ich glaub man sich das früher in den 80ern vorgestellt, wie so ein Computer-Virtuality-Raum aussehen könnte, oder? Moment. Wie sieht es irgendwie so aus wie früher aus den 80ern. Lisa der helle Wahnsinn. Weird Science hieß es auf Englisch. Eine Frau erschaffen mit einer Barbie-Puppe über den Computer und so. Richtig schlecht eigentlich, aber lustiger Film. Kann ich mal empfehlen. Lisa der helle Wahnsinn aus den 80ern. Oh, da ist jemand. Ah, hallo? Guten Abend. Ich bin das GRETA-AI-System in charge of this Minos Channel. Wie kann ich dir heute helfen? Ich schaue das ID-Datacenter. Am ich in den richtigen Platz? Indeed, Sie sind. Identitätsidentifikation ist unter meiner jurisdiction. Hast du ein Problem mit ID-Privilegien? Kannst du ein paar bestimmte Bürgerinnen? Ich muss die Programme auf ihren ID-Daten schauen. Das ist einfach gemacht. Wer würde ich nachdenken? Nachdenken... Graham Grundy und Elliot Richardson. Retriever. Möge. Das ist einfach. Glauben wir die Programme durch die seitens derzeit? Nein. Das wird natürlich verursacht. Das wird natürlich auch Administrator approval. Würdest du eine gewaltt? Nein. Das ist okay. Administrator canceled. Aber ich kann verändern die Programme zwischen User. Das ist richtig. Ancillary AI-Systems, wie du selbst, haben Move-Axis, aber keine Delete- oder Create-Command. Das gibt mir etwas zu arbeiten, auf jeden Fall. Danke, Greta. Happy zu helfen. Mein Avatar wurde mit dem Programm-Daten. Ich wusste, dass die kleineren könnten die größeren könnten. Ich brauchte sie in der Size-Order. Okay. Ich wusste, dass die kleineren könnten die größeren. Ich brauchte sie in der Size-Order. Kann ich hier draufsetzen? Kann ich hier draufsetzen? Das geht ja. So. Ich wusste, dass die kleineren könnten die größeren. Ich brauchte sie in der Size-Order. Ah, guck mal hier. So geht das. Also machen wir... Auf ihr legen wir auch einen drauf. Sehr gut. Dann können wir nämlich ihn wecken. Und... Nee, warte mal. Warte mal. Warte mal. Bleib mal da liegen. Bis zum drinnen. Dann können wir uns auflegen. Sind jetzt die kleine. siehme nach unten nicht. Auflegen. Dann können wir den klein. Hier auflegen. Kann man gehen. Wissen. Auflegen. Dann können wir gehen. Auflegen. Wann ist das nicht so? Was soll ich jetzt machen? Oder hätte ich alles auf den draufpacken sollen? Wahrscheinlich. Ja. Oh Gott. Kleiner Kampf hier. Ja. 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 Das war's für heute. Ne, warte, warte, ah, meiner, der muss Appen hier rüber. Und dann muss ich die Kleine nehmen und da anfangen und dann muss ich, das ist doch wieder verkehrt hier, was war ich denn da, warte mal nochmal, gehen, warte mal gehen dahin. Gehen, dann, dann, den, dann, den, dann, den, dann. Oh, das ist mir gerade ein falsches Denkwieler, ich muss nicht... Doch, ne, warte mal. Ah, das ist gar nicht so leicht, warte mal. Den runter? Den runter? Den runter? Den runter? Erstmal da hin? Dann den? Und da hin? Die Bedienung ist echt nervig. Das ist ein rotes Blauen. Ah, warte. Ich glaube, ich mache gerade einen Fehler. Ich glaube, ich muss alles auf sie rauftun. Damit beide gelöscht sind. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher. Mal gucken mal. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Das ist ein schönes Spiel, was es hier angeht. Das sollt ihr von beiden das löschen, deswegen glaube ich muss beides zu ihr rühren, damit bei beiden das bisschen leer ist. Man, das war eigentlich so simpel, aber falsch gedacht. War ja nicht so schwer, ne? So you're saying Asia City isn't real? No, no, no. It's real, all right. But all the adverts and tourist boards, a total lie. It's being plundered by the council, like a pinata at a kid's party. Hey, look who's waking up. Joey? Check out my new threads. But, how? Wow. This weird guy fixed me. Yeah. I went through your bag while you were asleep. Found my old cleaver in there as well. Thank you. But never mind that. I was monitoring your progress while you were in there. Looks like you nailed both our data problems. So my ID should be cleared then? Your ID. My access to Minos. Result. I thought you said Link's space was empty. It had a major virus. The Helix virus? That's still going. Glad I didn't have to deal with that. Late! One second, Poppy. Hey, where's her Bilby? Shhh. I got the Bilby away from her while you were in Link's space. Hi! He's so crazy. The plan is to slip it into your purse without noticing. Dump it in the incinerator when you leave. It's not a purse. It's a satchel. By the way, I met your pal Jimmy. He tried to cut off my thumbs. Sounds like Jimmy. Deep down he means well. I'd hate to meet him on a day he means badly. What's the story on that distillery out there? The moonshine still. That's Jimmy's. What's the moonshine made of? Out of date spankles. Sounds dangerous. You're not kidding. It's practically weapons grade. What were you and Joey talking about as I was waking up? Ha, Foster. You should hear this guy. He's a proper nut job. Says the droid with a god complex. That's not a complex. I am a god. Anyway, ask him about some of his theories. They are wildly entertaining. And by entertaining, I of course mean fascinating and informative. Uh-huh. Theory of evolution. What is all that about? Where's the controlled experiment? Right? Duh! So my ID is now clear? No blockers? No blockers. I hope you know what you're doing, by the way. Graham wanted his emails hidden for a reason. Of course, I can't patch his two-week absence. But you should be fine so long as you don't meet anyone from well-being. Does mentor Alonzo count? Yep. Any other things I should be worried about on my ID? Only that you're about a foot taller than the original Graham Grundy. By the way, how the hell did his ID end up in you anyway? That's deep core stuff. It was transferred into my U-chip by a hacker in the Gap. Impressive. How long has this dude been a hacker? Not that long, I guess. She can't be more than 14. Oh. Boy, seeing all this old tech takes me back. Still the best, isn't it? I mean, sure. Reboots are fine, but they're never a patch on the original. Amen to that. I would... Did I hear you say Asia City? Don't get me started. When I found out about Asia City, that was the last straw. What happened? You've seen the land trains. They're coming directly from Asia City. Or what's left of it. What do you mean? We destroyed it. An entire metropolis converted to scrap. And the people... Forced into the Gap. That's terrible. All while the people of Union City get fat off its remains. And the Council called them our allies. When I go, is Poppy going to be okay? After what you just did in Link Space? Absolutely. Anyway. I've had enough of this city. I've been planning my exit strategy for months. Just a few hours time, I'm heading out of this happy, happy cesspool of fake smiles, spankles and secrets. Nate! And I'm taking Poppy with me. Get her back to a family in the Gap. Take her out of the city? How? I think I figured out a way to slip her U-chip past the system. It's a little bit of genius. It's all about the kudos. You think it'll get her through the city gates? I'm still working on it. But if I'm right, which I always am, I'll get her anywhere. Late, late, late! Hahaha! If she can shut up for 5 minutes? Good. Good luck and thanks. Same to you. By the way, you never told me your name. Foster. Robert Foster. Drown. Joey Drown. I don't expect I'll see the two of you again. Everything I'd learned from Leap made me wonder. Maybe all along Graham was one of the good guys. At least now with the data blocker removed from his ID, I'd be able to look deeper into his life. Hey Foster, where are we dropping? Back to Graham's apartment, for some good old fashioned detective work. Lead the way. Graham's data was now unblocked. I hoped that would help me move forward. Super. Ja. Wir werden jetzt zurück in seine Wohnung gehen und schauen wie es weitergeht. Das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. 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 Boom.